Mit einer neuen Sendung möchten wir euch verborgene Garagenschätze auf mobil TV22 präsentieren. Vom Sportwagen, Oldtimer, Sonderkraftwagen, Motorräder sowie Skurriles der Mobilität auf TV22. Ja Armin, ein zweisitziger Sportwagen, wie er in Le Mans gefahren war, ist in den frühen 60er, 70er, 80er Jahren und jetzt steht der bei dir da und wenn ich da so ließe, Dr. Helmut Marko, Eddie Cainz, John McNichol und die sind alles Piloten. John Larousse, ganz ein berühmter Franzose, Rallye-Fahrer und Rennfahrer, die sind alle mit dem Auto gefahren. Es gibt Bilder, wo der Helmut Marko vom Österreichring mit dem Auto fährt. Also da sieht man auch ein sehr, sehr interessantes Fahrzeug. Nicht nur, dass solche Kapazunder mit dem Auto gefahren sind, sondern das Fahrzeug hat auch eine Historie und war ein sauschnelles Auto mit einem wieviel PS Motor? Ja, ungefähr 300 PS, aber wichtig ist das Leistungsgewicht. Das Auto hat 560 Kilo und ist gut bereift für das Gewicht, also es geht unglaublich schnell. In England ist ein englischer Rennfahrer vor den Ford T70, das sind so 5 Liter Bonzen und ist vor denen herumgefahren. Also da sieht man schon, diese Fahrzeuge, die schauen zwar klein aus, aber die sind wendig, schnell und in der Kurve extreme Geschwindigkeiten. Armin, jetzt hast du ein gewisses Alter, bist viele Rennen gefahren, historische Rennen, warst in Goodwood, hast Langstreckenrennen, alles mitgemacht. Bist mit einem Porsche KK3 gefahren, also auch ein Le Mans Fahrzeug, ein über 600 PS starkes Fahrzeug. Bis 800, je nach Stellschraube. Je nach Stellschraube und sie haben immer gedreht, weil sie waren immer zu langsam und sie wollten immer die Schnellsten sein. Armin, bewegst du dieses Fahrzeug noch? Ich bin vorhin mit dem noch gegen die Can-Am Autos gefahren, da hat es ein bisschen geregnet. Und einer von den Can-Am Autos, der einzige, der noch an den Start gegangen ist, am Vorstart, ist nach dem Vorstart wieder reingefahren und hat es aufgegeben. Und ich habe meine Klasse gewonnen und bin insgesamt Dritter geworden. Das war das erste Rennen nach meinem Unfall. So der Gehorsamkeitssprung ungefähr. Ja, sicher, ich fühle mich körperlich gesund, aber natürlich ist man wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell wie früher oder nicht mehr so risikofreundlich. Aber ich habe gemerkt, solange ich gefahren bin, bin ich immer noch schneller geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, die Morgenbahnen seit über 80 Jahren die gleiche Karosserieform. Sie haben allerdings geändert, dass nicht mehr alles, das Fahrgestell als mit Blech ummantelt. Mittlerweile sind die gebaut wie ein modernes Rennauto. Die haben ein Alu-Chassis und die sind nur an der Holzteile an der Spritzwand da vorne. Und sonst ist alles Alu. Haben einen BMW-Biturbo-Motor drinnen und ein BMW-automatisches Getriebe. Der wiegt 1100 Kilo und hat 270 PS. Das geht auch abartig gut. Das glaube ich, geht auch abartig gut. Armin, nicht nur Vierrad, auch Zweirad begeistert dich. Und wie wir sehen, alt und modern. Bewegst du sie noch? Ich bewege sie alle, einmal im Jahr. Die Motorräder und die Autos, die nicht bewegt werden, werden hin. Und wenn sie gefahren werden, bleiben die Dichtung ganz. Und es ist einfach für die Mechanik besser, wenn das bewegt wird. Nicht oft, aber es werden bewegt. Ja, Armin, wenn wir da gerade so durchstreifen und ich schaue da hinten, natürlich deine Pokale, deine Sturzhelme und natürlich Modelle. Und nicht fehlen darf ein gutes Glas Wein. Ja, natürlich. Das ist ein Herrenwohnzimmer. Und da sind halt viele Erinnerungen mit dem Walter Röhrl. Der war auch schon bei mir in der Garage, weil ich mit ihm einige Rennen zusammen und einige Rennen gegen den Walter gefahren bin. Und wir sind trotzdem gute Freunde. Ja, und jetzt in dieser Garage, werden wir jetzt gleich schauen, wo er steht. Der Porsche 928 GTS. GTS ist das Wichtigste mit den verbreiteten Kotflügeln. Und einer der Letzten, die es überhaupt noch gibt bei uns hier. Einer der Letzten, ja. Und das sind eigentlich, waren damals die teuersten Porsche, waren eigentlich viel, viel besser als die LV. Weil die haben dann schon die mitlenkende Hinterachse. Porsche hat das damals genannt Weißachachse. Und der Reifendruckkontrollsystem, also das war damals sensationell. Aber die 911er-Brüder haben das einfach nicht mögen. Aber er war deutlich besser, deutlich besser als die 11er. Moderner, besser und auch schön. Für den einen oder anderen nicht der Porsche. Aber lassen wir uns jetzt überraschen von diesem 928er GTS. Und Geburtstag hat er im heurigen Jahr. Baujahr 1993, 30 Jahre. Und das Besondere bei dem Auto sind die verbreiteten hinteren Kotflügeln. Armin, GTS, Hecksperler natürlich auch. Der darf natürlich nicht fehlen. Ja, das ist natürlich, fährt sich heute noch wunderbar, ist schnell, geht 260, 270. Und ist ein perfektes Auto mit Klima und Pipapo, Sitzverstellung. Alles wie ein modernes Auto. Und wo die 11er-Fahrer bei den Autobahnkurven schon geschwitzt haben, in den Händen, fährst du mit dem locker vorbei. Ja, moderne Technik damals, der 928er. Leider hat er sich nicht so durchgesetzt. Die 911er-Modelle sind natürlich heute noch die Vorreiter. Ja, Armin, solche wunderschönen, vielen Trophäen. Da gibt es bestimmt eine Trophäe, an die man sich gerne zurückerinnert und sagt, das war mein tollster Sieg. Da freut man eigentlich gar nicht viel ein. Aber eine der tollsten Dinge, wir sind in Le Mans gefahren. Und da gibt es eine Teamwertung. Und da mussten die Vorkriegsautos nach dem Krieg, also in fünf Episoden, muss man da fahren. Und das haben wir vor Ort eigentlich mit ein paar Freunden und ein paar Engländer haben wir das zusammengewürfelt. Und dann haben wir die Teamwertung, ich glaube, ich weiß nicht, mit wie vielen Runden geführt. Und dann ist mir in der letzten Sitzung, wo ich dran war, bei meinem 9-6er, ist mir ein Vorderaufhängen beim Reifenaufwärmen gebrochen. Da habe ich mich noch geärgert, aber Gott sei Dank war das beim Aufwärmen, sonst würde ich heute nicht mehr darstellen. Und wir sind trotzdem noch in der Teamwertung Dritte geworden. Weil da geht es, wie viele Runden dein Team schafft. Und das ist in Le Mans heute noch so. Wer am meisten Runden fährt, hat gewonnen. Und da kriegen halt diese Leute, du kriegst einen silbernen Pokal, der steht irgendwo anders. Und alle, die auf dem Podest stehen, kriegen eine Le Mans-Wüste. Und die habe ich natürlich noch. Ja, Le Mans, das Rennen, das weltweit größte und spannendste Rennen heuer, 100 Jahre Le Mans. Und er war mit dabei, unser Tiroler Armin Zumdobel. Armin, vielen, vielen Dank. Ich kann nur sagen, die ganze Haut stellst du mir auf, wenn ich in deiner Garage stehen darf. Ist nicht notwendig. Doch, hat uns gefallen und wir freuen uns auf sein nächstes Auto. Ich denke, seine Sammlerleidenschaft wird noch nicht beendet sein, Armin. Vielleicht gibt es noch das ein oder andere. Oder hast du schon was im Hinterkopf? Ich habe schon was im Hinterkopf, ich habe schon was im Visier und habe schon Vorgästin in der Nacht bei einigen Flaschen Wein mit den Händlern verhandelt. Und da sind wir zu einem guten Ergebnis gekommen. Ein Auto aus den 60er Jahren. Aber mehr sage ich nicht. Mehr sage ich nicht, weil wir wollen dann dieses Auto hier in seiner Garage dann für euch präsentieren. Danke Armin. Vielmals, dass wir da sein durften. Danke, danke für den Besuch. Gefällt mir, wenn du vorbeikommst. Gerne.